So, hallo und herzlich willkommen zum 18. Türchen und zwar könnt ihr heute eine Aufnahme und einen Push gewinnen und was ihr dafür machen müsst ist ein Video drehen, das für diesen Kanal hier bestimmt ist wo ihr euch vorstellt was ihr macht, könnt, solltet im Hintergrund vielleicht irgendwas laufen lassen zum Beispiel wenn ihr Call of Duty macht, dann Call of Duty Gameplay, wenn ihr Minecraft spielt eine Runde Meilenmafia, was weiß ich und das Video solltet ihr dann rendern, also keine ungerenderten Dateien auf Mediafire hochladen und mir den Link an spenden, floherter.gmail.com senden und ja, ein Sendeschluss der 28.12. wie bei allen anderen Gewinnspielen auch, die mir mit Betreff, Push oder Tag 18 und ihr solltet, ähm, ihr dürft das Video nicht auf dem Kanal haben, das soll jetzt nur für diesen Kanal hier sein und das Video wird hochgeladen auf dem Kanal, das Beste, vielleicht auch die besten drei und ihr entscheidet, welches das Beste es uns verdient hat und ja, das war es eigentlich, was es dazu zu sagen gibt ich bin gespannt, was ihr alles so let's playt und natürlich könnt ihr auch einen Real Life Channel vorstellen also euch als Real Life Channel vorstellen und ja, auch Musik Channel alles und ja, ich glaube, da gibt es nichts weiter zu sagen und wir sehen uns dann morgen wieder, ciao Leute